Herzlich willkommen zum Thema des Tages mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, Hermann Gröhe. Herr Gröhe, es wird in diesen Tagen in den Medien viel spekuliert über mögliche Koalitionen nach der Wahl. Wie soll der Bürger da durchblicken? Na, solche Spekulationen zeigen vor allen Dingen eins, es ist ein offenes, ein spannendes Rennen. Aber wenn wir jetzt nochmal kräftig als Union in die Hände spucken, arbeiten bis zur Schließung der Wahllokale, dann bin ich überzeugt, können wir, unser Ziel, die Fortsetzung der christlich-liberalen Koalition mit einer ganz, ganz starken CDU erreichen. Das sieht auf der linken Seite anders aus. Rot-Grün ist weit entfernt von eigener Mehrheit und deswegen schießen die Spekulationen ins Grau, zumal der Spitzenkandidat dort alles andere ausschließt. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, Nordrhein-Westfalen, Hessen, dass man dem Nein der SPD zu jedweder Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht trauen darf. Insofern geht es eben auch um stabile Verhältnisse, um die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit von Angela Merkel. Laut Umfragen haben sich hier viele Wähler noch nicht entschieden. Was geben Sie diesen Unentschlossenen mit auf den Weg? Ja, eben genau das, dass es jetzt auch um stabile Verhältnisse geht. Dass man es erreicht, dass ein Land, das auf der Erfolgsspur ist, nun nicht ins Trudeln kommt, sondern wir diesen Weg fortsetzen, der geht unter der Führung von Angela Merkel mit einer starken Union. Damit bleiben wir erfolgreich und das ist nicht nur für das Land wichtig, sondern für jeden Einzelnen, der über seine Bildungschancen, seinen Arbeitsplatz, seine Chancen als Handwerker, keine Steuererhöhung oder über eine sichere Rente nachdenkt. Also wer über seine eigene Zukunft nachdenkt, wer sieht, wie unser Land heute dasteht, der weiß, warum ich sehr bewusst sage, Kurs halten ist angesagt. Doppelt hält besser ist eine Ihrer Botschaften. Was steckt dahinter? Vor allen Dingen die Bedeutung der Zweitstimme sprechen wir damit an. Da denkt ja so mancher nach, zweite Stimme, zweite Wahl, nicht ganz so wichtig. Nein, es ist die Zweitstimme nach einer Änderung des Wahlrechts mehr denn je, die über die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag entscheidet. Und wenn wir stabile Verhältnisse wollen, dann brauchen wir eine ganz, ganz starke Union. Und deswegen sagen wir, die CDU tritt im Wahlkreis an für ihre Bewerberinnen und Bewerber mit der Erststimme. Aber es geht um beide Stimmen für die CDU. Stichwort Wahlkreis. Wie viel Zeit, mal ganz ehrlich, haben Sie noch für Ihren eigenen heimischen Wahlkreis im Rheinland, wo Sie doch so viel hier in Berlin als Generalsekretär zu tun haben? Im Augenblick bin ich durch den Wahlkampf natürlich in ganz Deutschland gefordert. Aber der Rheinkreis Neuss, meine Heimatstadt Neuss, das ist ja nicht nur der Wahlkreis, das ist der persönliche Lebensmittelpunkt. Da leben meine Frau, da leben unsere Kinder. Und da bin ich natürlich nicht nur am Wochenende, sondern in der Tat auch zwischendurch immer mal wieder, um auch bewusst bis zum Wahltag Termine im eigenen Wahlkreis wahrzunehmen. Ich glaube, das gehört dazu, dass wir alle unsere Arbeit auch vor Ort tun. Tut auch dem Generalsekretär sehr gut, nicht nur hier in der Zentrale über Inhalte nachzudenken, sondern da, wo man Menschen immer wieder trifft, in der eigenen Heimat für unsere Politik einzustehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.